ha ha scheiße so jetzt kann man von hinten an die bande kackklappen ey was ist das denn geiles gib mir das hässlichen mistmaden so ging die upgradungsmenü ok also upgrades haben wir ja gesagt ich habe ein wagniselement schaden plus vier prozent bla 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 jo was ist das wegschmeißen oder ok dann kann ich das wo rein ich würde sagen wir nehmen sie im mg weil das bringt sich einen moment dann habe ich hier vier prozent mehr der match sieht nicht so schlecht aus ist das da das ist das ist ja das ist dieser tiger da dieses wang touch dings da ok so gehen wir weiter unseren weg das mit schiff das ist nicht schlecht da kann man so durchzischen hier ist friedlich leute für mich zu friedlich nicht mehr friedlich und das war so immer money was ist das da ist das immer dabei noch irgendwelche maden hier nö sieht so gut aus wir können noch eine wende hochklettern das ist klar so schauen wir haben wir hier money ich mag das im gm wirklich lieber wissen ne ich habe keine money drum kann es nicht auswenden ok wir haben eine checkpoint so jetzt müssen wir da runter alle ob bloß ich sehen feind hier auch das ferner ist ja was wir müssen das jetzt anders regeln das schwert leute läuft 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 Heilung schadet nicht. Schönes, fettes Loot hier. Die haben wir zerschnetzelt. Also das Schwert ist immer nur, sagen wir mal, die ultimative Maffe hier. Das Geballer ist gut und schön, aber man braucht halt Muni. Hier müsste noch was sein. Wo ist denn das? Ah, da ist noch was. Whatever das ist. Und noch was rechts von mir. Ah, da. Gold, Geld. Wir können anscheinend auch was kaufen nachher. Gehen wir mal rauf. Oben ist immer gut. Das interessiert mich schon mal hier. Ich schau mir mal um hier. Das ist zwar nicht der Zielweg, aber ein bisschen umgucken kann er nicht schaden. Oh, hier ist nichts. Außer ein paar Fässer. Oh, warte mal, da war irgendwas. Geil. Mittelschwere Munition. Jawohl, Leute. Wir haben die Wumse-Wumse wieder. Hat sie da rausgezahlt, da rein zu gehen. So, ist hier friedlich. Sieht jetzt nicht tragisch aus. Wir sollen zum Tempel der Sehnsucht und vor allem zu unserer Karre. Gehen wir mal wieder rein und fahren Ründchen. Vielleicht dürfen wir auch Auto fahren. So, es war mir ein Vergnügen. Sprich mit Mamushi Heika. Alter, wer heißt denn Mamushi, bitte? Leute, ernsthaft. Wer von euch hat den Namen Mamushi? Dem gratuliere ich doch. Wui. So, auf da für den Chef, die Bude. Genau. Geile Schlange. Ja, das ist eine Party. Aber sie weiß, wie sie zu dekorieren. Mobchefin. Oh, sie ist die Mobchefin. Die Muschi ist die Mobchefin. Nein, ich habe mich weg. Alter, die will ich auch, die Schlangen. Und das aus Gold. Dankeschön. Gehen wir mal rein da. Machen wir die Bude auf, Jungs. So, sprich mit der Muschi. Ich spreche nicht mit Muschis. Ich mache was anderes mit Muschis. So, wer von euch hieß die Muschi? Oh ja, das ist eine Party. Ist das die Muschi? Hey, Muschi! Darf ich dich mit Frau Muschi ansprechen? Oh, die Muschi ist angepasst. Oh, sie war in meiner Garage am 4 Uhr. Sie ist niemals zu spät. Whoa, whoa, whoa. Rewind. Zilla? Orochi Zilla? Ja. Sie war in seiner Laboration. Unterkaufung. Oh, er mag das kind of Ding. Ich habe eine Erkrankung. Zilla's Sicherheit ist legendär. Sie würden nicht nach der Front Desk. Und was würde ich sagen? Geh in quiet. Oh, ja, damit kann ich leben. Ich habe noch ein paar alten Badges und ein paar Fakes. Ich kann in den Momenten erzählen, was du beschäftigst. Geh dann, find out, was ist passiert. Bringt sie zurück, wenn du kannst. Hier? Nein, das ist das erste Ort, in die sie schauen. Geh sie zu... In deine Garage? Was willst du denn mit der Tante machen? Lo-Wang. Warte, die Muschi ist ganz schön ein bisschen angemuschelt. Also, die Muschi ist angemuschelt. So, wir haben Geld. Also irgendwas werden wir schon kaufen können. Hol dir deine Belohnung von Mamushis Heikos Butler. Okay. Bist du der Butler? Nö. Wer ist denn der Butler von euch? Ah, du. Okay. Ihr seid alle Butler, hey. So, ich habe das Ding. Bekomme ich jetzt Kuchen. Ich komme später wieder. Ne, ich habe das Ding. Komm her. Gib. Gib mir. Gib mir das da. Okay. Belohnung. 10.000 Flocken. Einmal Skillpunkte. Und einen Hauer. Der Hauer. Moment mal. Oh, Ladies. Ich habe eine Pumpe. Gott sei Dank. Gib. Snippe. Am Gun. Oh, yeah. So, gib mir das. Wieso geht das nicht? Ins Gesicht, Junges. Schau mir in die Augen. So, und einen Skillpoint haben wir auch. Den können wir irgendwie, whatever, verteilen. Und ich habe noch was. Und zwar Furchtkomponente. Was bringt mir das? G-Gewinn plus 0,9. Ah, das kann man verkaufen auch, das Zeug. Okay. Ja, das muss man natürlich wissen. Aber wir werden das irgendwo rein. Ja, was weiß ich, Leute. Wo geht man das denn rein? In die Pistole? Kann man das wieder raus? Moment mal. Ja, das kann man wieder raus. Okay, also es ist wieder verwertbar. Dann würde ich sagen, wir geben es einmal in die Pumpe, das ganze Zeug, bis ich was Besseres kriege. Weil, die Pumpe werde ich jetzt nämlich verwenden. So, und wir haben einen Skillpunkt. Genau. Also, passt auf, Leute. Wir haben die Lebensbeherrschung. Dann sehe ich die Medikids leichter. Ja, das haut mir jetzt nicht um. Also, wir haben einen Stich. Da weiß ich noch nicht, wie der geht, aber okay. Das werden wir schon hinkriegen. Wir haben einen Wirbel. Der ist vielleicht auch nicht so schlecht. Was haben wir hier? Heilende Flamme. Okay, das ist sehr gut. Erhöht die maximale Menge an Qi. Das wäre nicht schlecht, dann kann ich mich mehr heilen. Und was haben wir hier? Munitionssammler schärft das Auge für Munitionsfunde. Erhöht die Menge an gewonnenen Karmas. Das scheint wohl sowas wie XP zu sein. Aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich will nichts Falsches sagen. Glaube ich nur. Steigert die Höchstmenge an Kugeln, die du bei dir haben kannst. Das ist auf Sicherheit nützlich. Und was ist das? Rastloser Sammler. Vergrößte den Radius für das automatische Aufsammeln von Geld und Verbrauchsgegenstände. Das ist super. Also das brauche ich auf jeden Fall. Weil, ja, brauche ich. Brauche ich einfach, weil das ist nützlich. Dann muss ich mir nicht so viel bücken. Wer bückt sich denn schon gerne? So, das bin ich. Alles klar. Vank to Media. Bli, blablabla. Der Hauer, der ist einfach, ey. Schau, die Grafik ist ja auch geil. Von den Waffen kann man die drehen. Ne, leider nicht. Oh ja, die schaut aber auch gut aus. Wrong touch. Goldene Waffe, normale. Was haben wir hier? Einen Revolver. Goldklinge. Wow. Ja, das ist genau. Das sind die Mistviecher. Das ist ein Schwein oder sowas. Das ist ein Drecksviech. Der ist ziemlich mies. So, wir haben hier Kriecher. Ja, der kriecht wahrscheinlich den ganzen Tag. Der ist ungut. Hammerkopf. Und, was ist das? Teuro? Ist das nicht dasselbe? Ne, ist nicht dasselbe. Der ist mieser jedenfalls. Der ist mieser wie der. Das ist auch geil. Mit scharfem Verstand kam der Hammerkopf nicht hin. Das glaube ich sogar. Oh, der ist giftig hier. So, was haben wir hier noch? Wir haben alles mögliche halt, ne? Schauen wir, ob es irgendwas gibt. Wird kurzer Lauf rutschen. Was ist das? Drücke linke Umschalttaste. Das ist doch dieser G, ne? Ne, G. Dieses Springen, ne? Schäden durch Stürze gibt's keine anscheinend. Heilende Flange, Munitionsschrei, bla bla bla. Das haben wir alles. Äh, Upgrade mit Edelsteiner? Okay, das ist das. Skillpunkt Free. Heldenlandung. Hä? Okay, da gibt's richtig Wumms, wenn man runter geht. Na, Kampf Spezialtechnik. Das ist nur interessant. Also, W unter rechts. Okay. Das Wirbels. Äh. Das muss man mal probieren. D plus rechts. Okay. Da brauche ich aber die Klinge. Moment, D plus rechts. Hallo, Klinge wollte ich. Jetzt kann ich's aufladen. Oh, ja, Baby. Oh, sorry, Leute. Das machen wir besser draußen. Scheiße, das war jetzt Netz oder Birne. Gehen wir mal raus. Also, nochmal. Wir laden das auf. Und dann loslassen. Vorher war's aber was anderes. Also, nochmal aufladen. Komm. Warte mal, wenn ich jetzt D drücke. Ne, A ist es. A ist es, Leute. Warum auch da immer D steht. Das ist A, dieser Kreisschlag. Also, voll aufladen. Dann A drücken. Loslassen. Und dann macht man so eine Rolle. So, was ist, wenn ich nix drücke? Mal gucken. Ja, dann geht er gerade aus. Okay. Was haben wir noch? Hallo, lad dich auf. Komm. Er mag nicht. Ja, komm, ich muss es testen. Loll. So, jetzt laden wir ihn wieder auf. Äh, so, was haben wir noch? W? W war was? Ja, das ist gerade aus. Das habe ich ja schon. Das ist, wie wenn du gar nix drückst. Okay, nochmal aufladen. Komm. Komm, wir probieren jetzt ein US aus. Wer weiß, was das ist. Warte auf. Oder warte, D. Warte mal. D, Leute. Ja, das ist. Also, A ist das mit dem Wirbel. Jetzt habe ich immer den Wirbel drin. Ja, das ist so. Okay, 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 okay. Man muss nur ganz, oh, Entschuldigung. Man muss nur ganz kurz die Tastik. Wie macht er das eben? Okay, läuft. Also, A ist Dester. Der Rundschlag. Das ist ganz gut bei Massen. Und geradeaus ist halt Dester. Kann ich irgendwas onehitten oder so, glaube ich. Ne, gut. Machen wir unsere Mission. Also, wir sollen in die Karre und uns verpieseln. Machen wir mal, klären wir. Ich nehme übrigens gleich wieder die Pumpe, weil ich stehe auf Pumpen. Heilende Flammen ist sehr wichtig. Denn Heilung, wenn man nur viel brauchen. Dritter von vier Schwierigkeitsgraden und das First Time. Das sind Balls. Ja, wir werden das schon hinkriegen. Offenlich. Also, lad mal brav. Das Game ist übrigens auf eine SSD, wo es hingehört. Damit es auch locker, zäckig, flockig liegt. Edler Held. Heißt die Welt. Ich sehe da was. Oh, geile Kiste. Da kriegen wir ein bisschen was. Komponente der Furche. Warte mal, einen Moment. Ich glaube, wir können was ausrüsten. Upgrades. Da haben wir wieder was, genau. Und zwar, was ist das? Wieder so ein Chi-Gewinn. Wie gesagt, alles einmal in die Pumpe vorerst, bis wir bessere Gegenstände kriegen. Jetzt haben wir da mehr Damage pro Sekunde. Schaden und so weiter. Das nehmen wir natürlich gleich. Wo ist denn? Die Nachlade-Animation übrigens. Das sind verschiedene. Die ist so geil in dem Game, Leute. Das ist einfach nur geil. So richtig geil. Die Gegner haben wir noch keine. Wir sollen da zum Port. So. Oh, scheiße. Komm dann rein. Genau, den Fälscher ab. Murksende Sau hat uns einen Scheiß angedreht. So, und jetzt? Hol dir eine Zugangskarte von einem der Silla-Soldaten. Oh, oh. Oh. Alter, das ist gar nicht gut da. Mistmüllviecher. Dies sind so eine Art Wachen. Auf jeden Fall gehen sie aber gerade ziemlich auf den Sack da. Und was mir auf den Sack geht, wird getötet. Das geht übrigens auch seitwärts da. Das ist mit diesen Leertasten. Das ist richtig geil. Das ist nicht mal so stressig hier. Wo ist er? Komm, verpiss dich! Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. 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 Dies ist... Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020